Loll! Was man? Du bist... Boah, Big, ich hab... Achso. Ey, Big, du wirst immer leiser, Alter. Ich hab dich... Im TS hab ich dich auf Maximum. Ich muss keinen auf plus 15 machen, außer dich. Und trotzdem... Trotzdem verstehe ich dich nicht. Trotzdem bist du hammer leise. Und ich komme gerade aus der Badewanne. Also die Ohren können es auch nicht sein. Nee. Ich hab extra ein bisschen hier einmal links, einmal rechts. Ja. Ja. Gerade irgendwie ist mein Sound. Ja, ich weiß. Ja. Äh... Ich hatte ne Zeit lang richtig guten Sound in BF. Ich versteh nicht. Irgendwie ist der jetzt wieder... Das hat richtig ordentlich... Gewumpst. Kann man sagen. Kriegs. Nee. Ich bin ja gerade nur im Sound rum hier. Ja. Oder schon ein Sniper. Das ist doch nie wahr. Ich treff sie da hinten nicht. Ich versteh das nicht. Ich bin immer recht ruhig. Das. Alles klar, warte ich komme. Da ist ein Laser. Von rechts kommen sie. Boah. Der Sound ist ja auch kacke, Alter. Aber eigentlich kann ich auch Kopfhörer machen. Das ist sogar noch besser. Ich hab halt den BF. Äh... Audio. Was ist denn Kriegsbänder? Das versteh ich auch nicht. Was soll das für ein... ...Preset sein? Erweiterte Stellen. Ich hab' den BF. Besser finde ich den Sound. Mann. Mann. Hey Mannschen! Erst hier die Position! Ey, Normalsteig. Oh Scheiße, die haben mich hier festgenagelt! Runter! Ja, ja, ja. Oh, irgendwas blockt hier. Der ist nicht. Irgendwas blockt hier. Der ist nicht. Lebst du noch? Nee. Ich konnte eben nicht nach rechts. Irgendwas hat er geblockt, aber da stand gar keiner. Ich hätte nur einen Millimeter weiter nach rechts, damit ich den da hinten rechts im Laden krieg. So ein Quatsch. Ja. Ja. Hier ist dein Medikid. Hier ist dein Medikid. Ah! Ah! So mal! Ist der nicht sauber, Alter? Ich hab' mich ja entschossen. Oh nein! Ich bin ja gleich tot, Alter. Kannst du noch mal? Was machen wir denn jetzt? Bleiben wir hier? Ja, warte, ich muss schon schnell... Ja, er schießt schon da. Der mit der M249 sitzt hinterm Fahrkartenschalter. Und guckt in Richtung, wo wir gerade lang wollen. Was gefällt mir nicht, wenn ich sauber sich verschillt bin. Das gefällt mir nicht, wenn ich sauber sich verschillt bin. Hier ist dein Medikid, Mann. Was ist denn hier los? Wieso? So. Halle, Dude. Den nur schnell holen. Hier ist dein Medikid. Hinten im Geld mit dem Fahrrad... Mit den Automaten... Geld mit den Automaten, lol. Ja, du weißt ja nicht. Gut. Gut. Nicht wahr, Mann! Was ist denn? Hast du sie? Aua! Vorne auch noch. Hier! Nimm die Munition! Hier! Ih! Nate! Nate! Ah! Ah, er ist da, Diggi! Schnell! Oh, fuck. Ich glaube, hier brauchst du kein Video machen, Big. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir hochkommen. Rekrutiere ich schon wie ein Blöder. Ja. Oh, fuck, Mann. Die stehen schon bei A auf dem Fenster. Rechte Seite. Vordere Fenster. Bitte. Geht! 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 Weil er irgendwie Profit oder irgendwie sowas... ...ist auf der Platte, auf die du schreibst, sind auch die Spiele drauf? Geht! Geht! Auf, auf! Wir hätten hier jetzt aufpacken! Das habe ich nicht hingeguckt. Genau, Alter. Ich hätte jetzt den Tod gewesen sein. Oh, das ist doch nicht wahr, Mann. So ein scheiß Sturm, das ist mit einem Maschinengewehr, Alter. Oh, was soll denn das, Mann? Dann sagt er wenigstens, dass du mich wiederbelebst. Ich bin ja immer gleich tot wieder. Oder schießt ihn erstmal ab, bevor du mich rätst. Ja, super. Ja, super. Ich bin ja nicht. Mit der Kunde, das ist eine Granate. Ansonsten, Granate. Hier ist dein Medikus. Jetzt sind wirts. Ey, du schießt auf alle und du kriegst bloß einen Tod, Alter, das ist doch Quatsch. Was ist das, Alter? Was ist das? 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 Ich muss die meiste Zeit hier blind spielen weil ich instant unterdrückt bin. Das war's. Ich habe vorhin ein bisschen freigedreht, da habe ich die blöden Idioten umgebracht, die mich immer wiederbelebt haben, obwohl da nicht immer welche weggeholt wurde. Das heißt, ich glaube, ich bin gleich raus. Ich habe vielleicht nur einen. Hier ist das Mediket. Oh, ich bin tot. Aber wir schmeißen ja dauernd die Granaten hier so beschissen. Sind die total nass oder was? Ich schmeiß dann dauernd hier irgendwie gegen die Wand, Big, Alter. Hier ist das Mediket. Alter, die schießen vorne gegen die Wand und holen uns weg. Die stehen, die stehen auch hier hinter der Wand geradezu, Big. Hier ist dein Mediket. Oh, Corona. Weil du Corona böse gemacht hast, Rocco. Was haben wir denn davon? Geht gar nichts, Mann. Voll nett. Boah. Noch mal. Dass die hier unten noch durchkrabbeln können, ist so eine Scheiße. Das ist aber frech. Auf einmal kommt dir irgendwas durch den Gefrierschrank gekrochen. Und wenn wir das machen, kriegen wir gleich einen Headshot, Alter. Ach du Scheiße, weg. Hier. Dein Mediket. Hey, hier ist dein Mediket. Oh, was? Oh. Boah. Ich weiß nicht, wie oft ich... Boah, was denn das schon wieder für eine Kacke hier. Ne, nicht mal, wo ich hinschieße, Alter. Boah. Corona ist un-un-kaputtbehalter hier drin. So ein Krammel. Was war denn das gerade? Ich hatte nie mal die Zeit, um da rauf zu klicken, Big. Wir sitzen hier bei A drin, ne? Ja, und die sitzen hier direkt an der Tür unten. Rechte Seite, rechter Seiteneingang, wenn man hochkommt. Jetzt ist er gleich auf der ersten Treppe. Wie soll ich hier gar nicht durchmachen, wir hatten hier Nebel gemacht. was krank was ist hier gerade los man ja so ein quatsch ja ja genau alter wir laufen uns gegenüber und der kann mir gleich netzschaden gehen wir brauchen immer umreißen spannung entspannung los mann wer lässt hier die ganzen streichereien ach das aus deinem mund im weg das ist immer was unfähes bei bf das sind aber ganz neue züge ooooh wenigstens ein teamkiller da jetzt müsste ich schweiß die granaten in hausflogen okay da ist wo denn sind die hier unten im laden oder was was soll denn sonst sein Bin ich total hier? er sei du musst dir noch mal herkommen geht nicht jetzt hier sind noch welche war aber weiß ich auch nicht hier wird immer geschossen aber ich bin schon zweimal durchgelaufen ist immer noch einer die sind wenn man von uns kommt im rechten haus so von unserer base die seite sind sie versuchen zwischen zu reden ist es gar nicht bringt gerade gerade zu weg in dem haus sind sie auf der seite 2 einer liegt auf der treppe einer links in der ecke 33 sind vier sind da unten im hausflur nein weg man in der fucking base hier dass er aus ja aber trotzdem geht uns prinzip lieber mutter geht es immer ums prinzip da da ich stehe gar nicht durch hier oh mann du so eine scheiße blödes corona mist wie auf einmal steht einer von meinen neben mir der ist so unkaputtbar dieser böse mensch da gar nichts so wollen wir mal versuchen ob außen rum nachdem kommt ich ich gebe Hilfe rüber ich werde hier festgelagelt ja genau genau alter ein ganzes magazin und er dreht sich um und er schießt mich diese scheiß paket alter dieser dämliche packen ja instant er kommt um die ecke und ich kriege einen headshot richtig hier kommt sein medikit hier kommt sein medikit oh er setzt eine neue hin ich kriege ja echt 1 zu 4 mit dir wo kommt der denn her alter ich habe nicht mal einen knopf gedrückt ich stand nur kurz für die sekunde das ist so ein käse hier das spiel vorne geradezu bei mir wie soll das gehen er kann doch nicht aus dem stand auf transport darauf springen das für quatsch so ein käse alter aus dem stand springt er zwei meter hoch aber ich habe weiter warte kurz im spinntraum komm bei mir weiter Komm schon, das muss doch irgendwie zu schaffen sein, die Schlesse. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Hörst du was? Achtung, das Einsatzziel wurde erobert. Over. Warte, drei, zwei, wir da. Hey, nimm, nimm dein Menikin. Hey, da, da! Hey, da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier kommt glaube ich gleich was von rechts Oh nein, jetzt kommt auch noch die Sonne raus Nein Oh nein Romerke, links Ja, ihr habt hier stehen Oh, wir haben Beacon Ja super Ja, ein halben Meter um die Ecke ist ein Quatsch Achtung, das Einsatzziel wurde erobert Auf Arbeit Männer Die haben sie ja mal auch einrichten können Wenn wir A bekommen Nimm dir das Medikit, hol's dir Alle Oh, ich bin gleich hinten rausgerannt Ich bin gleich gerade zu links Hier, dein Medikit Treff den nicht um die Ecke Was sagst du? Ich hab dich nicht verstanden Ja, so geht's mir eigentlich immer Das ist so ein Lackspiel Das ist echt eckig Oh Dieser Wichser wieder, ey Ich hab dir nicht liegen sehen, den Typen Geradezu gleich eine Nade rein in der Ecke ist Das sind ja unsere Scheiße Nicht um die Ecke schießen links Da Irgendwie war da alles blau Genau, Alter, mit Sniper Ich spawne und springe um die Ecke Und er holt mich schon mit Sniper weg Genau Oh mein Gott Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Das ist so ein Quatsch hier Das gibt's echt wie keinen Russenfilm mit diesem Server Und es gibt BF-Server, die nicht lacken, Alter Aber das Teil hier Ist wirklich das allerletzte Du kommst nicht um die Ecke Da ist alles voll Vier Mann stehen da Wir stehen und warten, dass wir durch den Seiteneingang reinkommen mit Sniper und allen Ich hab's ja nicht gesehen Wir können höchstens mal versuchen an eine Glastür rechte Seite irgendwie rein zu kommen Oder vielleicht sogar durch die Mitte Das führt hier nix Schau mal an, das ist so schnell als tot Den Hammer und der drückt sich sehr nischt Ganz hinten stehen auch welche Ich seh sie aber nicht Wiederbelebt Das ist doch nicht zu glauben Warte Ah Nicht weglaufen Wir haben das Einsatzziel verloren Over Oh, ich seh ihn nicht mit seinem scheiß MG da hinten fliegen Rechte Seite liegt da Ja, weil du übelst ja Unterdrückungsmaß da bist hier Kann man den hier nicht vom Zaun irgendwie wegsnipern? Die Snipern uns auch mal weg Wieso kommt man hier nicht durch, man? Hoh Woo Was? Ich will sein schlechtes Ich will sein schlechtes Kona Du kein Schritt dick Oh, ich hab ihn Irgendeinen hab ich erwischt ACH Nein, das war bestimmt richtig Ich bin nicht Hehehe Oh, nicht genau alter hör auf 66 hat er noch ja bei der muss haben unterdrückt sein wir schießen doch auf denen und dann wackelt er selbst mit zwei beinen rum wenn er unterdrückt das habe ich doch mit sniper genauso hier muss einer sitzen weg ja der hat mich auch und hier gerade keine ahnung der sitzt nach die liegen oben link ist haus siehst du das kamera hier quasi drin es ist nicht wahr alter tödliches pechblick das ja 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 Ich bin drin! Komm schnell bei mir, ich brauche hier Unterstützung. Ah, geht auch schnell wieder weg. Achtung, der Seite ist hier verloren. Wir rennen gerade alle den längsten Seiteneingang raus. Oh, scheiße. Warte, bitte. Um der Ecke saß einer rechts. Ah, hinterm Fahrkattenschalter, ja. Wieder M60. Ich weiß nicht, wie lange das passt, sie wegzuholen. Oh, 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 oh. Von links, der Typ kommt rein weg. Durch die Tür links. Genau der. Ja, da war es ein 25er Pink, alles im grünen Bereich. Aber wahrscheinlich lag das dadurch, dass du im Hintergrund aufnimmst. Das habe ich ja auch immer. Alter, du siehst hier nichts, wenn du hier reinguckst. Oh! Bescheuertes Mistvieh. Hier ist ein wenig, Mann. Oh, das ist nicht wahr. Wenigstens ein, verdammt, Mann. Oh, das ist doch nicht wahr. Mit der PP19 holen die mich hier weg, Alter. Drei Prozent hat er. Und dann krieg ich 30 Prozent. 30 Prozent Hilfe bei Kill. Obwohl er nur drei Prozent Leben hat. So ein Quatsch. Die Rechner können die hier auch nicht. Boah, du Scheiße, ach du Scheiße. Boah, auf Ecke. Freimann, äh, äh, Geldautomatenraum. Die Automatenraum. Hey, nimm, nimm dein Medik. Ja, ich sehe ihn leuchten. Ja, ich sehe ihn leuchten. Boah, ich habe ihn auch. Ah, krank ist das. Wahrscheinlich hängt das wirklich nicht mit Wingen zusammen, sondern wirklich, dass du wirklich eine feste Zeit hast. Oder es ist, es ist echt, äh, eigentlich gibt es gar keinen... ...und wir das Medik. ...und wir das Medik. Alle tot. Ach, das ist nicht wahr, der ist nicht, alter. Ach, das ist nicht wahr, der, das bist du nicht, Alter. Die dritte kam hier, ich konnte noch nicht mehr Ich verstehe, das kriegen wir jetzt. Hey, was soll denn das? Jetzt sehe ich doch nicht mehr. Da sagst du? Da sagst du? Wow. Da sagst du? Bitte? Hey, die gucken nicht, Alter. Das ist total krank. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Hier ist das Medikid. Plus schauen wir jetzt mehr. Ben, wenn ich die Bühne brennen? Auf die Bühne. Auf die Bühne! 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 Have you ever gott? Boah, die sind hier schon um die Ecke, Fick. Boah, was ist denn hier los? Was ist das? Die sind zu besuchen, ja. ja was für ein scheiß weiter der mit seinen 3 zu 11 alter der holt alle weg assassine ich verstehe das nicht gut wo sitzt denn der es wird doch nicht da ist ja nicht mehr ja 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 Oh shit Oh, ich bin raus Das ist mir doch wirklich so ein bisschen behinderter als ich ihn glaube Das ist ein scheißes Spiel Und diesen Mist-Server, alle Punkte weg Nicht immer die Medaille kriegt, man Der hat sich sowas einfallen lassen, Alter Du fließt raus und kriegst nichts Ich bin raus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Fangen Sie, ich glaube, das ist geil, wenn ich es mischt. Aber das ist ja auch nicht richtig aus. Dann stehen diese bescheuerten vor dir. Das ist geil. Ich bin Sanitäter. Brauchst du irgendetwas? Ich bin Sanitäter. Brauchst du irgendetwas? Ich bin Sanitäter. Hier ist dein Medikettmann. Das ist ein Sass. Kommst du bitte? Verdammt. Die Flirt machen. Sie versenkt er. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich muss dich, ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Vorsicht! Granaten vor! Verflügt! In eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Hier ist das Medichlitz. Mit äußerster Vorsicht weiter vor. Hinterkommt! Das ist eine Granate! Schau! Schau! In den Medichlitz. Schau! Schau! Ja, hier ist dein Midi-Kid. Huh? Hier, dein Midi-Kid. Scheiße, wir wollen konsolieren gesamte Einsatzzeile. Wir müssen den Spieß umgehen. Los jetzt, wir schaffen das. Das ist so zum Kotzen. Nee, da hast du echt keinen Bock mehr, Alter. Ach, nee. Weiß ich nicht. Ein Ordensband, Alter. Und 1000 Punkte hab ich für die Runde bekommen. Zum Kotzen hier dieser Scheiß-Server.